Achtung! Admiral! Schön, Sie wiederzusehen, Sir. Es ist lange her. Zwei lange Tage, richtig. Wie war der Flug? Zug? Ich fliege nie im Zug. Ich fliege im Flugzeug. Aber wo bin ich? Na, wo wohl? In Kalifornien. Freut mich für Sie. Alles Gute. Aber, Sir, Sie haben hier das Kommando. Schläfriges Wiesel ist seit zehn Monaten geplant. Der Präsident hat Sie persönlich ausgewählt. Na, macht ja nichts. Auch ein Präsident kann sich irren. Ich werde Ihnen Ihr Büro zeigen und sofort Bericht erstatten. Sie waren immer ein zuverlässiger Soldatsgott. Sie wissen, wo es lang geht. Ausgerechnet jetzt drückt die halbe Blase. Die andere Hälfte ist auf dem Felde der Ehre geblieben, wenn Sie wissen, was ich meine. Bitte, Sir, zerbeulen Sie nicht wieder unser fliegendes Gerät. Es wird mir vom Sold abgezogen. Der Karne, er zieht die...